Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir bereits erkannt, dass wir uns jetzt auf die Jagd nach Tangenten machen müssen. Damit wir jetzt aber verstehen, wie wir diese Jagd am besten angehen können, gehen wir einen Schritt zurück zu etwas, bei dem wir mit dem Begriff der Tangente bereits vertraut sind, und zwar zum Kreis. Für dieses Video solltest du also die Begriffe Sekante und Tangente im Zusammenhang mit Kreisen bereits kennen. Dein Ziel für dieses Video ist, dass du den Übergang von Sekanten zu einer Tangente am Kreis anschaulich erklären kannst. Schauen wir uns folgende Situation gemeinsam an. Wir stellen uns jetzt zwei Personen auf einem Kreis vor. Anton steht fest und Barbara bewegt sich auf dem Kreis auf Anton zu. Anton behält Barbara dabei fest im Blick, also Anton schaut Barbara die ganze Zeit an. Und jetzt stellen wir uns die Frage, in welche Richtung blickt Anton in dem Moment, wo Barbara ihn trifft? Nimm dir kurz Zeit, um über diese Frage nachzudenken, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann noch kurz darüber. Also gut, in welche Richtung blickt Anton da? Na ja, genau in Richtung der Tangente an den Kreis in Punkt A. Und lassen wir noch kurz Revue passieren, was da passiert ist. Wir haben hier zunächst Sekanten betrachtet, also Geraden, die wir durch zwei Punkte gelegt haben, durch zwei Punkte am Kreis. Und dann haben wir den einen Punkt immer näher an den anderen dran geschoben und uns angeschaut, was dabei mit den Sekanten passiert. Und wir erkennen, wenn B ganz ganz, ganz nah an A heranrückt, dann werden diese Kanten immer mehr schon ausschauen wie unsere Tangente. Das bedeutet, wir können uns der Tangente über diese Kanten hier annähern. Und das ist eine Strategie, die wir uns abschauen werden.